Hallo Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Might & Magic Teil 8. Wir sind hier in der Burg der Ogre, ne Barbarenfestung heißt es, aber ich glaube Ogre sind hier drinnen und da glaube ich ja, dass wir das Ei finden, das wir für die Allianz brauchen. Aber, wir werden erst einmal ein paar Gegner besiegen müssen hier, aber die sollten ja alle gar kein so großes Problem mehr sein. Und da fallen sie und fallen und fallen. Einmal heilen, das ist auch nicht verkehrt, glaube ich. Und dann erste Flieh. Oh, das sind doch schon eine ganze Menge Gegner, die hier unten sind. So, jetzt schauen wir mal, was ist denn das hier? Eine Tür. Können wir rein? Keine Gegner in der Nähe. Ein Bücherregal. Können wir nichts mitmachen? Dafür bekommen wir das hier. Ein unbekanntes Amulett. Naja, gut. Hallo, jetzt. Und ein bisschen Geld. Okay. Sonst gibt es hier anscheinend nichts. Dann gehen wir ums Eck. Oh, hoppala. Wo kommst du denn her? Keine Gegner? Nein, keine Gegner, aber zwei Regale. Das ist eigentlich auch... Huch, haben wir schon so viel Zeug? Das hat wenig Nutzen. Wusste ich gar nicht mehr, dass wir so viel Zeug haben hier. Das passt nicht. Sehr, sehr viel Zeug. Ja, da müssen wir einiges mal wieder verkaufen gehen. Okay. Das hat wenig Nutzen. Angriff plus elf. Könnte das was sein? Ah, die hat zehn plus zwanzig Punkte Feuerschaden. Und 25 auf Stärker. Das kann ich nicht tragen. Bah, ist mir unbekannt. Das hat wenig Nutzen. Es ist nichtig. Okay, das lasst uns doch mal gleich mal anschauen. Du bist es doch mit Streitkolben. Der hat nur plus sieben. Okay. Das passt nicht mehr rein. Ja, doch, doch, doch. Doch, das macht einiges her. Den finde ich gut. Den finde ich sogar sehr gut. Okay, also da war man drin. Von da kamen wir. Können wir entweder da lang gehen oder da lang gehen? Schauen wir mal kurz hier rein. Irgendwo sind ein paar Gegner, aber ich sehe sie gerade noch nicht. Aber um die kümmern wir uns gleich. Regeneration, Stadtportal, auch nicht schlecht. Langschwerter, Dunkelelfen, stimmt. Kannst du mal schauen? Stimmt, wir haben ja auch das Stadtportal. Ich habe mir die ganze Zeit überlegt, wie komme ich eigentlich nach Alva zurück? Aber wir haben doch eigentlich das Stadtportal. Das hat noch nicht geklappt gehabt, weil unser Magier, oh, einen kaputten Stab hat. Funktioniert jetzt wieder. Nicht genug Platz. Sonst ist nichts kaputt? Nein? Ähm, da können wir ja mit Stadtportal einfach, oh, wohin gehen. Hm. An den habe ich echt nicht mehr gedacht gehabt. Wahrscheinlich, weil er beim ersten Mal nicht richtig funktioniert hat. Oh, plus sieben war das. Das müsste ich mir auch nochmal kontrollieren. Es ist nichtig. Passt nicht mehr rein. Bäh, ist mir unbekannt. Es ist nichtig. Plattenrüstung aber auch nicht so toll. Es ist nichtig. Mal, war das hier nicht ein? Nee, das war für blaue Tränke war das. Alles klar. Besiegt. Und da nochmal einer. Okay. Ich glaube, da geht es eh nur außen rum. Um. Ah. Ah. So, erledigt. So, da kamen wir her, dann könnten wir so rumgehen. Wisst ihr was, das machen wir mal, weil da ja auch gleich ein Gegner herkommt. So, da sieht es aus, als ob es da irgendwie weitergeht. Müssen wir gleich mal schauen, ob es da auch wirklich weitergeht. Oh, ein Ohr zum Abgeben. Wo gab es denn die Ohren zum Abgeben? Ich glaube, das war auch in Alvar. Aber da wollen wir ja sowieso wieder hin. Guck mal, ein Schalter. Und eine Truhe. Und sogar noch viele, viele Truhen. Ah, das gefällt mir. Feuer Dorn. Feuer Dorn. Kannst du den schon? Muss ich gleich nochmal nachschauen. Es ist nichtig. Uninteressant, uninteressant. Kann alles verkauft werden. Oh, aber wir müssen echt dringend verkaufen. Und du kannst den schon. Ja, okay, den kann er schon. Ach du Schande, haben wir ja viel. Ja, wir müssen unbedingt verkaufen. Aber sowas von. Ah, guck mal. Das Ei des Drachenanführers. Sehr schön. Das ist kleiner, als ich dachte. Ich hätte gedacht, so ein Drachenei wäre extrem groß. Dass das wenigstens nicht nur ein Dings wegnimmt, sondern gleich mal so ein Sechserfeld hier wegnimmt oder so. Na gut. Jedenfalls könnten wir jetzt eine Allianz zwischen Drachen oder Drachenjäger nehmen. Je nachdem, wie wir das geben. Aber da bin ich mir echt noch unsicher, was ich da machen soll. Es ist nichtig. Mein Rucksack ist zu klein. Schwefel. Gelbe Tränke. Das ist ja das, was wir noch brauchen. Ich glaube, dann fehlt noch einer. Handschuh plus zehn. Die sind auch nicht schlecht aus. So. Armbrust, okay. Okay. Alles klar. Sehr schön. Armbrust plus sieben. Das war plus zehn. Plus fünf. Da können wir auf jeden Fall das Ding nehmen. Ja, der wäre vielleicht nicht verkehrt. Plus fünf. Dann kriegst du auf jeden Fall. Schauen wir doch mal. Ja, auf jeden Fall kriegst du noch mal so ein Ding. und pack ein Platz. Und du vielleicht. Ja, so machen wir das. Okay. Nein, nicht entlassen. Nicht entlassen. Nicht entlassen. Keine gute Sache, das. Okay. Dann sind wir erstmal hier mit fertig. Da geht's nirgends hin. Das sieht aus, als ob's da hingehen müsste. Tut's aber nirgends. Da kommen wir wieder zurück. Da scheint auch nicht wirklich was zu sein. Hier ist auf jeden Fall noch was Blaues eingezeichnet auf unserer Karte. Seht ihr das? Aber komischerweise sehe ich hier nichts. Ah. Warum wird es da auf unserer Karte blau angezeigt? Ja, seht ihr das? Ja. Das sieht aus, als ob da was sein müsste. Aber ja. Ah. Ah. Also wenn, dann sehe ich hier nichts. Und das mit Wahrnehmung, die wir schon relativ hoch haben. Na gut. Okay. Ich glaube, dann sind wir hier mit fertig. Hoppla, da geht's nicht weiter. Ich glaube, hier muss man lang. Genau. Ne, dann sind wir fertig mit der Ogre-Festung. Dann lasst uns mal ein bisschen verkaufen gehen. Okay. Wir haben doch hier unten noch ein Dorf gehabt, oder? Taverne, Handel mit Wüfernhörnern. Haben wir sonst hier kein anderes Dorf gehabt? Äh, wir könnten natürlich in die Stadt gehen. Klar. Ne, da haben wir nur die Quest, die Taverne und den Handel mit den Wüfernhörnern. Ne, dann müssen wir in die Stadt von Dings gehen. Hier müsste ja irgendwo der Eingang gewesen sein, weil da drüben, hoppla, da drüben ist es. So. Dann lasst uns doch hier mal uns nochmal umschauen. Äh, da dumm, da dumm. Ach je, jetzt ist die große Frage, wo warten was wieder? Ich weiß es nicht mehr. Das war normale, das waren ja keine Händler, ne, Händler waren ja angezeichnet. Oh, wow, 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 was? Da haben wir Pülferchen, da können wir auf jeden Fall was verkaufen. So, speichern, rein. Na, super. So, jetzt aber, oder? Jetzt. Was hast du denn da? Du hast leere Tränke da. Ja, brauchen wir jetzt nicht. Waffenöl, göttliche Macht, ein Dings-Trank, ein wahrer Intellekt, hm, hast du aber schon, glaube ich, getrunken gehabt. Dann kannst du es, glaube ich, nicht mehr trinken. Und Verjüngung braucht man nicht wirklich. Ähm, aber wir können doch Sachen verkaufen, oder? Wie? Ach, wir können wahrscheinlich, nee. Ah, nee, hier können wir es nicht verkaufen, das, was ich suchte. Äh, waren wir eigentlich schon? Nee, ich glaube, da sind wir fertig. Äh, pfuh. Dann gehen wir ganz kurz auf die Seite hier. Ah, ja, sind wir schon mal richtig. Okay, wo gehen wir als erstes hin? Ja, gehen wir als erstes hin. Ihr sucht eine Rüstung? Äh, nein, Inventar anzeigen, die Rüstungen hier können wir verkaufen. So. Ah, das Schild, das ist ja auch noch Rüstung. Die konnten wir, glaube ich, auch verkaufen. Den konnten wir verkaufen. Ich glaube, das sollte man noch mal nachschauen. Und den können wir auf jeden Fall auch verkaufen. Den Hut können wir verkaufen. Den Hut können wir verkaufen. Gut. Ähm, Moment. Ganz kurzer Moment, dann machen wir hier. Die müssen wir, ach, genau, den Dinger können wir auch verkaufen. So. Machen wir mal kurz die Dinger hier rüber. Einfach, um ein bisschen Platz zu schaffen. Dann haben wir nämlich hier noch das hier, das hier, das sind Waffen. Die werden später noch verkauft werden müssen. Fliegen, Schutz gegen Magie, genau. Die wollte ich noch anschauen. So. Dann haben wir das hier. Da haben wir noch eine Dings. Äh, das ist noch ein Hut. So. Und ich glaube, die konnten wir auch alles ohne Probleme verkaufen. Und weg mit. Sehr gut. Ähm, die konnten wir alle verkaufen. So. Äh, ja, die müssen wir noch identifizieren. Moment, komm mal. Hä? Komm da hin. So, das ist alles das hier. Da haben wir noch was. Da haben wir noch einen Hut. Da haben wir dieses Teil. Den Gürtel. Habe ich irgendwas vergessen? Da ist noch ein Gürtel. Es passt nicht. Ja, okay. Dann erst mal das hier. Erst mal verkaufen. Das hier, das hier. Ähm, Gürtel, Intellekt, Intellekt 4. Die können eigentlich auch weg. Und der kommt auch weg. Handschuhe wollte ich auch noch mal nachprüfen. Dann kann das weg. Der Helm. Schauen wir gleich an. Und das andere sind Waffen. Alles klar. Kann weg. Rüstung 8. Kann, glaube ich, auch weg. So. Äh, Moment. Inventor anzeigen. Identifizieren. Das hier. Und dann schauen wir uns das Ganze mal an. So. Was haben wir denn? Schauen wir erst mal die Dinger hier an. Plus 8, 2 und plus 10. Du hast schon eine plus 10. Plus 8 mit aber Rüstungsdings drauf. Das ist eine plus 11 im Großen und Ganzen. Ja, das bringt es da nicht. Regulär näher Zauberpunkte. Plus 12. Das bleibt auf jeden Fall Stärke und Ausdauer. Na gut. Dann kriegst du den hier. Und der hier kann weg. Oh, da habe ich ja noch welche gehabt. Die habe ich ganz übersehen. So, und es waren plus 8 da. Du solltest bleiben. Ja, die können also, also die können auch weg. Sehr schön. Und dann haben wir noch plus 12 mit Intellekt. Aha. Äh, definitiv kriegst du die. Mein guter, wie heißt du? Devlin. So, und die Schuhe mit plus 6. Ich glaube, die braucht keiner von euch. Nee. So. Sehr gut. Ihr sucht eine Rüstung? Nein, wir wollen dir was verkaufen. So. Und dann noch hier kurz rein. So, Waffen. Die hier können auf jeden Fall weg. Ist mir unbekannt. Oh, da war noch ein Schild. Ja, das sehen wir gleich. Alles klar. Das hat wenig Nutzen. Kann weg, kann weg, kann weg, kann weg. Mann, es passt nicht. Nicht genug Platz. Ist ja schon gut, ist ja schon gut. Es ist nichtig. Okay, also hier rein. Die kann alle verkauft werden. Dann haben wir natürlich noch das hier. Das kann wahrscheinlich auch verkauft werden. Waffen hast du keine mehr. Hast du noch irgendwelche Waffen? Sehe ich jedenfalls nichts, aber du hast noch Waffen, die wahrscheinlich alle verkauft werden können. Oh, die haben alle gepasst. Kann alles verkauft werden. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Gut. Dann geht's weiter. Das hier, das hier. Das hier ist jetzt alles Quest. Ja, das Ohr ist zum Verkaufen. Genau, das hier noch verkaufen. Oh, das, 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 das. Das Verkaufen, das ist auch wieder eine Quest. Bah, ist mir unbekannt. Das konnte verkauft werden. Ist mir unbekannt. Okay, jetzt ganz kurz schauen. Das wollten wir, glaube ich, behalten. Genau. Die Tränke wollten wir, glaube ich, auch behalten. Oh, guck mal, wir haben das war gelber Trank. Das war gelber Trank. Das war gelber Trank. Ach, mal vier Stück brauchen wir, glaube ich. Und das ist doch auch gelber Trank, oder? Gelber Trank, ja. Es könnte sein, dass die eine Quest sogar mittlerweile schon geht. Das könnte man, wenn wir mal wieder rauskommen, mal ausprobieren, wie das so funktioniert. Okay, aber erst einmal weiterverkaufen. Zutaten, das sind alles Zutaten, 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 Tränke, Tränke, Tränke. Dann kommt das hier, das hier, das hier. Hoppla, das hier haben wir noch. Und das hier. Und du hast nur die Ohren, ja, aber du hast noch das hier, die Dinger hier. Es ist nichtig. Okay. Alles klar. Dann machen wir das mit der Inventar. Hoppla, nicht das hier, sondern verkaufen. Wir machen das jetzt noch mit dem Dings hier noch fertig. Dann können wir in der nächsten Folge. Ja, hier sind wir doch richtig. Irgendwas Schönes hier noch. Waffenöl. Ne, nicht wirklich. Ne, ich glaube auch nicht. Okay, also verkaufen. Die Bücher können wir verkaufen. Die Sprichrollen konnten wir eigentlich alle verkaufen. Ach, das war die Notizen. Die Dinger, die Edelsteine können wir verkaufen. Der ist absolut wertlos. Ist mir unbekannt. Geistresistenz. Monster identifizieren kann weg. Das kann weg. Die hier könnte man noch versuchen zu verzaubern. Der kann weg. Ja, den können wir auch noch halt identifizieren. Kann verzaubert werden. Luftresistenz 12 ist gar nicht so schlecht. Ah, Amulett, da haben wir schon Besseres. Das heißt, das kann weg. Okay. Dann kriegst du auf jeden Fall die Schriftrolle noch. Die müsste irgendwann mal weitergehen. Der ist zum Verzaubern. Halt. Doch, der auch. Und der ist das hier. Dann darfst du den haben, weil du hast kaum Ringe. So, gut. Dann sind wir ja fertig. Dann können wir mal schauen, dass wir diese Weaver-Hörner abgeben. Das waren doch Weaver-Hörner, oder? Genau. Das wird die Weaver-Hörner abgeben. Schauen, ob wir diese eine Quest abgeben können mit dem Trank. Und danach haben wir noch zwei Quests hier in diesem Gebiet zu machen. Genau. So machen wir das. Und dann bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.